Ja, herzlich willkommen hier zurück wieder in der zweiten Liga zu den Erstauftreten von den Sportfreunden, Lotte, 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 Lotte und von Venedig. Boah! Ah, deinen Korb hast du geholt. Um die Defensive zu stützen ein bisschen. Oh, was war das für ein Schuss? Genau, das spielt ja der Feingamer mit. Huh, Venedig kriegt hier viel zu tun in der Anfangsphase. Das stimmt. Uh. Ja, jetzt ein bisschen Befreiungsschlager mal. Drei Spiele, wo du noch weiter. Entschuldigung. Ah, Wahnsinn. Na gut, jetzt vielleicht wieder ein bisschen davon. Oh, ja, ich bin schon gefangen. Sondern nicht genug Schmiergeld zahlt den Italienern, huh? Oh, schön. Oh, ja, wäre schon gewesen. Ja, wenn ihr nicht verlor ihr Testspiel, Sportfreunde, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube auch. Okay. Ja, in der zweiten Metze Superliga. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß jetzt nicht. Na, Superliga. Na, noch nicht. In der zweiten... Aber irgendeinen Beinamen haben wir doch gemacht, oder? Power. Ah, danke. Boah. Alter. Auch hart eigentlich. Hart. In der zweiten Power Metze League. Also da würde mir, glaube ich, jede Mannschaft... Leidtum. Da würde ich mir schwer tun mit denjenigen, die absteigen. Nicht so jede Mannschaft hat man ja schon im Vorfeld eine gewisse Bindung aufgebaut. Sonst hätte man sie ja nicht genommen. Das heißt, dass irgendwelche Spieler dabei sind, die einem taugen. Oh, schön. Ah, gut. Ja, aber wenn er die Katze gefangen ist. Oh. Oh. Alter, nur log. Schön. Der war schön. Assistgeber. Wer war Assistgeber? Keine Ahnung. Sag es. Pass ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, er war es. Ah, das sieht man jetzt nicht. Ich glaube, Franky immer war es. Dann müssen wir wieder nachschauen. Herr Venedig, eins jetzt, null in Rückstand. So, Kerl. Aber so wird die Gas geben. Sollte das kein Problem sein. Wo ist die Kamera, wo ist die Kamera, wo ist die Kamera? Ich glaube, der einzige Spieler, wo ich nicht vergessen habe, eine Trikotnummer zu vergeben. Ja, sehr schön. 2-0 jetzt mit zwei Chancen. Und Venedig steht ein bisschen im Rücken zur Wand. Ja, da hat er sich jetzt doch Zeit gelassen. Oh, schön. Das war der mystische Hustrad bei Ending. Der letzte Pass bei Venedigfeld. Oh, super verliebt. Oh, was war das? Was war das? Das war, ah, ordentlicher Blödsinn. Der sich noch rächen kann. Ah, der war aber schon. Wie es tut, der war da, wie lange wird noch nachgespielt? Na gut, schauen wir nach. Schauen wir nach. Die Frage, wo schaut man das nach? Wo schaust du das nach? Nein. Na gut, Benedikt wird nicht umstellen. Der Reimerinig könnte es gewesen sein. Nein, das war der zum zweiten. Der hat da eins aufgelegt. Ich dachte halt, aber trotzdem, ein Tor läuft trotzdem gut. Für das, dass ein Testspiel vom Platz geschickt worden ist, glaube ich. Das war der Walau, die Franz Undold. Okay. Wirbelsäierinig. Vielen Dank. Ich habe es gewusst. Ich habe es gehofft, sagen wir es so. Da sehen wir es fangen, gehen wir im Fokus. Der Goal hat sich schon bewährt. Ich glaube, da müssen wir etwas ändern. Ich glaube, da müssen wir etwas ändern. Ich glaube, da müssen wir etwas enden. Jetzt kommt der Gate schon rein. Das geht schon dann. Jetzt machen wir Hop-Hop-Hop-Hop-Hop-Hop. Wir werden auch verstärken die Offensive. Der Artikel muss noch sein. Weil man sieht, wie schnell das gehen kann. 2 zu 0 kann man wie nichts verlieren. Wann haben wir das gesehen? Nicht? Unentschieden war auf jeden Fall drinnen. Wann? Haben wir nicht gesehen? Warte, ich wollte nicht, glaube ich. Da ist der neue Alex Keicho. Und wieder der Kutig. Stark heute. Starke Leistungen von ihm. Na knoll, nicht stark. Aber jetzt. Aber jetzt. Der Kapitän Andelkowitsch. Der Kapitän Andelkowitsch. Ja? Oh, der ist langsam. Lithiarie! Es kann wirklich schnell gehen. Alter, wir waren der langsame Haberer. Bist du deppert. Eins aufgelegt, eins selbst gemacht. Lithiarie. Ja, geht jetzt lauter die Luft aus. Ah, jetzt habe ich es hier weggelegt. Ah, du kannst doch zählen. Ja, fünf Minuten hat Lotte zwei Tore gemacht, drei Minuten hat Venedig gebraucht, zwei Tore zu machen. Angeber. Ja, aber die sind noch nicht fertig anscheinend. Die haben jetzt was geschnuppert. Die haben jetzt was geschnuppert. Ja. Ah. Weg. Oh. Oh. Ja, jetzt geht es so lauter wie Venedig in der ersten Halbzeit. Da ist nichts gegangen. Langsam. Ach. Ja, 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 ja. böser fehler klopft No Gott sei Dank Oh mein Gott, schön Korb, oh wichtig, oh man, bist du, das ist süß, Gott sei Dank. Fünf Minuten noch, jetzt wachen sie auf, oh mein Gott. Oh, jetzt ist da viel offen, nein, jetzt war Absatz, es war eine Sekunde zu spät, der Pass. Nein, annehmen hätte man dürfen, annehmen hätte man dürfen. Ja, Gott sei Dank. Ah, schön, gibt also noch eine Möglichkeit. Kerk. Ja, gibt den Eck mal noch. Ja, laute, erste Halbzeit, hui, zweite, pfui. Oh Gott, das ist drin. Drei, zwei. Alter. Zu viel nachgespielt, ich sag's gleich Schiri weiter, zu viel nachgespielt. Bist du da, was lasst du alles nachspielen oder? Ja, so kann man eine 2 zu 0 Führung vergeben und verlieren. Jetzt können wir spielen. Ah, Pokal. Okay, geht nicht. Ja, na gut. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Mach's gut. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.